Dankeschön! Vielen, vielen Dank! Also, ihr Lieben, ich freue mich jetzt, euch gleich persönlich Hallo sagen zu können und euch eure Boxen zu signieren, eure CDs. Zu jeder CD gibt es übrigens ein großes Poster dazu. So, warte mal, noch steht's in eurem Kopf. Aber ich glaube, das kann ich so sagen. Anlegend zu jeder Box oder zu jeder CD? Oder zu beidem? Ich würde sagen, heute zu beidem. Sehr schön, vielen Dank. Also, wer ein großes Plakat möchte, der bekommt das dazu, zur Box, zur CD. Zu Baba! Wie viele Boxen haben wir denn eigentlich? Och, ich äh, ja, die auf dem Tisch stehen, ne? Vielleicht noch ein paar mehr, ich weiß es nicht. Also, ihr Lieben, von unten geht's jetzt gleich rein. Linda wird sich gleich hier unten hinsitzt. Dann jede Box, jede CD für euch anziehen. Dann auch noch was draufschreiben mit einem besonderen Wunsch. Das machen wir nur heute. Und nur heute gibt es dieses limitierte Plakat dazu. Autogrammstunde im Winteressen. Das macht man laut. Genau. Und ich muss euch noch was dazu sagen. Ich weiß, wie viele Autogrammstunden sind und wie gerne ihr was mit nach Hause nehmt. Und ich weiß es zu schätzen, dass ihr hierher kommt, dass ihr euch den Weg macht. Und genau deshalb, ähm, möchte ich euch auch drum bitten. Jeder kriegt ne Autogrammkarte, aber die Leute, die heute nicht hier sind, sorry, tut mir echt leid. Aber ihr seid hier, ihr kriegt eure Karten. Aber ich geb nicht nach dem anderen mit. Weil ich weiß es echt zu schätzen, dass ihr hierher gekommen seid. Und jeder, der was von uns möchte, der kann das nächste Mal mit hierher kommen, damit wir noch ein Applaus machen können. Linda heißt es, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.